Was ist denn da los? Okay. Oh. Autsch. Nein. Ich aber nicht. Ich will jetzt nicht sterben. Vielleicht sollten wir einmal ganz kurz nach Weißlauf und vom Weißlauf dahin zur Nebelwacht. Weil ich habe die Taschen voll bis zum Bersten. Ich kann nämlich gar nichts mehr schleppen und das machen wir nämlich jetzt auch. Drehen wir das Fluchttunnel. Leider auch zu Fuß. Denn ich habe mein Pferd verloren. Leider. So, wir müssen nach Nielheim. Und also erstmal Nielheim. Waldheimer Türmer. Okay. Nielheim. Wo soll denn das sein? Uiuiui. Also wieder ganz bewährte... ...Aktion. Wir laufen. Wir dürfen nichts mehr looten. Also wirklich nichts mehr. Entschuldigung. Sie pflanzen hier tatsächlich Nierenwurst? Was? Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Ja, dann. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich Einladungen an Reisende zu verteilen. Dämmerstern? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ich habe auf dem Hof alle Hände voll zu tun. Ähm... Dämmerstern. Dämmerstern, Dämmerstern. Warum war das denn? Museumspamphlet. Silius Vesuius präsentiert das Museum der mystischen Morgenröter. Eine Geschichte des Kultes, der die Septim-Dynastie stürzte. In seinem höchsteigenen Heim in Dämmer scheint der großartigen Hauptstadt von Matpale. Freie Eintritt für Eiler Bürger von Himmelsrand. Okay. Na dann? Also beeilt euch. Was wünscht ihr? Sollte ich mir hier merken mit den Nierenwurz, wa? Hätte man auch eine Challenge rausbauen können. Ja, schauen wir mal. Vielleicht beim nächsten Mal? Wer weiß das schon. Ah, wir marschieren Richtung Nilheim. Gibt man hier einfach von irgendeinem Kurier erschrocken hier. Das sind ja Sachen, die merkwürdig sind. Guten Tag. Du bist Ork? Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht halt... Na dann geh ich weiter. Ich geh einfach weiter. Ne, ich kann nix mehr looten. Ohohoho. Nix da. Ich mach mich aus dem Staub. Doch, mit Sicherheit. So. Bis jetzt noch null Tode. Mein Gott. Ach, das sind die Stahlpfeile. So. Ich wollte doch die Eisenpfeile verbrauchen. So. Was willst du denn jetzt hier? Das Tagebuch eines Alchemisten. Okay. Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. Wie befohlen sollt ihr Stephans LP um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde schon wieder... Die Astrid will mich umbringen, ne? Also ernsthaft? Wer ist diese Astrid? So. Mal heilen. Weiter im Text. Schauen wir mal welche... Äh... Ja. Äh... Wie viele Tore ich heute erleide. Ah, ich kann nix mehr looten. Eine Pflanze und das war's. Es war auch hier wirklich querfeldein. Wo? Wo seid ihr, meine Wölfchen? Ah. Nur mal gucken, ob die irgendwas Wertvolles in der Tasche haben. Manchmal ist das ja so. Wer bist denn du? Ist das aber eine Überraschung. Ich bin besser als du. Und tschüss. Und tschüss. Das Spiel hier mache ich auch mit. Vielleicht mal speichern. Nur mal um sicher zu sein. Genau. Genau. Daraus ist Waldhammer Türmer. Oh, ist doch schön. Mein Bubi muss mal langsam pennen, wa? Das wäre auch doof. Das wäre auch doof. Menno. Nee, nee. Hier ist die Luft kühl. Ich sehe schon. Er muss auf jeden Fall gleich schlafen. Die Mana geht ganz schön runter. Hm? Okay. Na den. Und mein Häuschen muss ich auch wieder weiterbauen, ne? Ach ja. Ist noch viel zu tun, gerade. Oder ich lasse die Nebelwacht jetzt erstmal sein, weil da bin ich jetzt weit genug entfernt. Jetzt nochmal den ganzen Weg zurück. Hm. Ich würde sagen, nö. Ich bin eher der Meinung, dass wir sowas in der Richtung machen wie Jürgen Windrufer. Oder? Ich denke schon, ne? Was denn da los? Okay. Oh. Autsch. Nein. Ich aber nicht. Ich will jetzt nicht sterben. Hui. Oh, oh. Halt. Stopp. Zaubertränke. Einmal das. Starke Heilung. Und Magika. Oh Gott. Die ist ja heftig. Hui. Da brauche ich doch was anderes an Waffe. Vielleicht mal die Nordpfeile. Aua. Na, wo bist du? Aua. Okay. Ich würde mal sagen, das war Tod Nummer 1. Seht ihr jetzt oben rechts die rote 1. Nicht schön. Wie versprochen. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Immer noch da. Ich habe nicht gespeichert. Trottel. Wirklich. Aber so ein Vampir? Aua, aua. Das hat wehgetan, du. Aber so richtig. Vielleicht sollte ich mal einfach schon mal vorbereitet sein. Vielleicht einfach mal speichern. Dann brauchen wir den ganzen Weg nicht nochmal laufen. Also ich hoffe ja, dass diese nette Zahl da oben rechts einstellig bleibt. Das wäre jedenfalls sehr schön. Mal gucken, ob der Vampir da immer noch umkraucht. Könnte ich ja eigentlich schon mal richtige Waffe, äh, den richtigen Pfeil einlegen. Gleich simpfer bei dem Waldheimer Türm. Müssen wir mal gucken. Bin ich ja mal gespannt. Hier ein Flitzebogen. Läuft auch wie so ein Knecht hier. Oh Gott, oh Gott. Bin ich ja mal gespannt. Lauf schneller. Mal speichern. Kann nicht schaden. Jetzt kommen wir gleich in den kritischen Bereich. Hier ist irgendwo eine Bärenhöhle. Okay. Oh, so viele Sachen zum Sammeln. Das gibt's doch gar nicht. Uiuiui. Irgendwo da vorne war das. Also weiße Lauf war schon zu sehen. Ei, 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 ei. Mh, die Mana. Die lässt nach. Nicht gut. Hm? Nichts zu sehen, okay. War ja auch hier vorne. Äh, okay. Machen wir mal einen auf unschuldigen Reisenden. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, 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 oh. Wachen vom Weißlauf. Rettet mich. Ach, hier ist auch noch Leben. Oh, interessant. Verfolgen die mich? So ganz nicht, ne? Hm. Wo ist denn die Truller? Die ist nirgends zu sehen, ne? Vielleicht kann ich die ja nochmal locken. Ich würde die schon hier ausrotten. Hm. Da hat die sich da hinten versteckt. Haha. Okay. Vampir-Diener. Und Diener ist jetzt auch ein Meister. Normalerweise. Oh, oh. Hahaha. Jetzt kommt sie hier hinten an. Retten? Sehr gut. Lauf schön in meinen Pfeil rein. Sehr gut. Wenn ich so, dann so. Mein Pfeil. Äh, Pfeil. Da vorne ist noch einer. Okay. Und nein, ich bin noch nicht gestorben. Nochmal. Mal gucken, ob ich so nochmal provozieren kann. Ach, das ist da hinten Wolf. Okay. Nicht ganz so wichtig. Schön schleichen. Doch, gibt es. Siehst du. Komm da raus, du Feigling. Hahaha. Ich werde euch in Stücke heißen. Komm, lupf deinen Kopf mal da durch. Doch, kann ich. 100 pro. Ich bin ganz in deiner Nähe. Ich verstecke mich gar nicht. Ich provoziere das aber auch jetzt gerade, ne? Na, dann so, ne? Nur Kratzer. Ja gut. Die Leiche ist jetzt natürlich weg, ne? Aber ich bin nicht mehr gestorben. Auf den Erfolg erstmal ein Save. Save, safen. Sehr gut. Da brauchst du nicht drum trauern. Das ist eine Vampirin. Oh, ein Stahlpfeil. Gratis. Da sagt der Papa nicht. Nein. Da sagt er lieber. Danke für die Spende. Ja. Muss. Sein. Wo war denn der Eingang? Immer die falsche Seite. Oh. Hm. Man sollte schon springen. Bei denen kann da mein Charakter ein Nickerchen machen, ne? So. Hier sind die Ställe. Also ist auch hier der Eingang. Und dann organisieren wir uns mal. Taschen leer machen und... Nein, wir stehlen kein Pferd. Definitiv nicht. Nö. Na, mal gucken. Hm. Jürgen Windrufer. Ich eile. Ich eile. Ich fliege. Ich falle. Hallo? Ja, auch immer. Nicht das macht, was ich möchte. Moment mal. Ich hab doch Level Up gehabt. Bin ich denn jetzt ganz dulle? Ich kann doch ein Level Up machen hier. Ich brauch kein Lager. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Hm. Nee. Die quatschen immer so lange. Ich hab's doch eilig. Nein. Spaß beiseite. Ich bin immer ganz lieber. Ich bin einer, der sich sehr gerne unterhält. Kann man eine 10 Minuten Unterhaltung schon... Ja, die kann unter Umständen tatsächlich schon fast eine Stunde dauern. Hi, Schlürfi. Schlürfi meine ich. Nicht Schlürfi. Eine Stunde reicht. Etwas mehr Gesundheit wäre nicht verkehrt. So. Was haben wir denn hier? Da brauchen wir... Äh... 60. Auch 60. Ein verstärkter Blitz. Zerstörung Lehrling. Zerstörung Adept. Runenmeister. Wie, du kannst Runen fünfmal so weit platzieren? Äh... Die... Was? Die meisten Zerstörung Zauber stoßen einen Gegner zurück, wenn sie doppelt gewirkt werden. Jo. Ehre sei mit euch, meint Hane. Jo. Muss ja mal sein, ne? Kann ich jetzt mehr schleppen? Ne, noch nicht. 290 bleibt 290. Moment. Macht die Stimme gerade wieder schlimm. So. Ja. Durch das Corona Zeug. Ich hab's ja gehabt. Ey, ich hab echt noch... Mein Reusband. Bisschen Husten und Räuspern hab ich noch. Das will und will nicht abhauen. Diesmal nicht so. Da wollen wir mal marschieren. Oh, ein Häschen. Ein Hopplahü. Das ist aber auch wirklich arschkalt hier. Hä? Jetzt hab ich was gedacht, dass ich da seh. Wo geht's da lang? Hier ist jemand böse. Aber wer? Hä? Ach so. So ein eisheiligen Geist. Oh, 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 oh. Ja. Es steht ne 2. Es ist ja gemein. Lauf mal ein bisschen schneller. Aber hier im Kalten ist ja schon mal nicht verkehrt. So ein blöder Eisgeist hier. Reichheit. Ja, das ist eben halt hier sehr, sehr kalt. Das ist doof. Ja, ich weiß, dass ich friere. Ich bin am Rösteln. Schreien von Miroir. Oh. Oh. Wer ruhtes Dagon. Aha. Aha. Oh. Aha. Fall jetzt nicht hier runter. Wow. Komm her, du Eisgeist. Ii, aua. Auf mich um Scheiß, da auf mich. Och nö, jetzt geht's los. Vielleicht sollte ich dem einfach umgehen, oder? Aber da ist ja der Witzer vorbei. Och jetzt sag nicht, ich hab nicht gespeichert. Mann. Nicht schon wieder. Ist ja blöd. Mano. Wäre wahrscheinlich auch nicht das Problem, wenn ich nicht schon so runter wäre. Naja, schauen wir mal. Der ruhendes Dagon. Tachau. Wollte aber hier nicht lange verweilen. Da ist der Durchgang, okay. Ach da. Ja. Hier ist die Treppe. Na komm. Jetzt haut er ab. Der Eisgeist. So. Das sieht nicht gut aus mit dem Leben gerade. Ich muss jetzt gleich erstmal hier irgendwo ein Picknick machen. Ja, ne, ne, ist klar. Hier ist irgendwie, ne, doch nicht. Wo ist das denn jetzt? Geradeaus. Okay, ich muss hier runter vom Berg. Kein Thema mache ich. Kein Thema. Es sieht nämlich vom Leben nämlich nie mal gut aus. Wir speichern einfach mal. Ich bin mal so frei. Na, komm. Das sieht nämlich nicht mal gut aus mit dem Leben. Steinbühel. Ich mach mal die Waffe weg, ich muss mal da rein. Da ist, äh, bestimmt warm. Ich schätze, das Kaiserreich braucht jede Menge Eisen bei all den Kämpfen. Das ist für uns wohl nicht schlecht, nehme ich an. Nö, definitiv. Au, sowas möchte ich auch haben. Wie ist die Sicht aber verschwommen? Sorry und ich sind bloß hier, um sicherzustellen, dass in der Mine alles rund läuft. Okay, gehört euch die Mine? Nein. Und ihr braucht gar nicht erst zu fragen. Sie steht nicht zum Verkauf. Ja, warum denn nicht? Ich hatte nicht gefragt. Ich sichere ja bloß Brielings Investitionen. Ihr gehört das alles. Auch wenn wir diejenigen sind, die die ganze Arbeit erledigen. Okay. Sie hat uns schon mal wegen versäumter Lieferungen zusammengestaucht. Und wird es wohl wieder tun, weil wir spät dran sind. Äh, kann ich irgendwie behilflich sein? Ihr könnt ihr Bescheid sagen, dass bald eine Lieferung rausgeht. Verschafft uns etwas Zeit und haltet sie uns vom Leib. Dafür wäre ich bereit, ein paar Barren verschwinden zu lassen. Vielleicht auch mehr als nur ein paar. Okay, dann werde ich mal mit ihr sprechen. Ihr erweist mir einen großen Dienst. Das werde ich euch nicht vergessen. Sie ist bestimmt sauer. Macht euch ja etwas gefasst. Das könnt ihr laut sagen. Seid ihr drauf? Ich habe das heißen ja auch nicht in diesen Bergen verbuddelt. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Wo will er denn hin? Wir haben alle Bergmänner, die wir brauchen. Also hoffe ich, dass ihr nicht wegkommt. Wenn ihr etwas braucht. Ach, da sitzt noch jemand. Solli, die Erbauerin. Okay. Oh, haben wir noch eine neue Quest. Ich war's. Amen. Was ist das?